Ein Thema des Tages sind heute auf jeden Fall die US-Arbeitsmarktdaten und die sind ausgerechnet auch noch besser ausgefallen und haben erstmal begeistern können. Deutlich besser als erwartet. Eigentlich war mit einem leichten Rückgang der Non-Farm-Payroll sogar gerechnet worden. Es ist aber deutlich besser eben ausgegangen und der Markt, man sieht es hier noch so ein bisschen an diesen starken Ausschlägen, der hat das tatsächlich genutzt, ist nach oben geschossen. Runtergegangen um 2 Prozentpunkte von 3,8 auf 3,6 ist die Arbeitslosenquote, aber Vorsicht, die ist immer mit ein bisschen Vorsicht zu genießen. Markus Fugmann hat da schon einen sehr schönen Bericht dazu vor kurzem mal gebracht, dass das alles mit viel Liebe ist. Ich will ihm deine Worte nicht in den Mund legen, aber einfach gegebenenfalls den Bericht nochmal angucken. Trotz alledem, Non-Farm-Payrolls, Freitag, erster Freitag im Monat immer ein Highlight für die Intraday-Trader sowieso, wie wir es hier sehen. Aber auch für diejenigen, die jetzt im Anschluss überlegen, was denn damit zu tun ist. Der Markt hat es erstmal nach oben genutzt. Wir sehen das hier, das ist der Dow Jones oder als CFD eben der US 30. Klar auf der Aufwärtsbewegung, aber wir sehen nach dieser ersten starken Ausschlagbewegung, so richtig geil ist das noch nicht. Denn das hier ist eher so wieder dieses Zögerliche. Wir sehen, dass der Markt da im Trendkanal, den man theoretisch hier in Trendrichtung legen könnte, eher wackelig ist. Und das ist nicht so der Riesenburner. Im Gegenteil, der Rücksetzer ist jetzt hier relativ stark gewesen. Also von ungefähr, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, im Video jetzt 26.410, ganz grob. Also da jetzt ansatzweise, es ist noch ein kleiner Rücksetzer, noch kein Drama-Modus, aber zumindest mal stark nach unten gekommen. Und das bedeutet, so richtig geheuer ist dem Markt offensichtlich dieser Anstieg noch nicht. Es steckt noch in den Knochen, dass die Märkte aktuell eher nicht so 100% auf Kaufmodus sind. Deshalb müssen wir heute Nachmittag besonders aufpassen, inwieweit wir übers Wochenende jetzt Positionen sehen, die gehalten werden sollen. Sprich, ob noch Kaufpower übers Wochenende da ist oder ob sich das jetzt so langsam aber sicher ausfadet, womit ich gut leben könnte. Auf der einen Seite, ich kann es mir sehr gut vorstellen. Trotzdem kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass wir noch im Nachgang weiter nach oben gehen. Aber vor dem Wochenende jetzt, glaube ich, sollte man die Short-Seite auf jeden Fall im Auge behalten. Nicht allerdings, insofern ein wunderschönes Live-Beispiel. Was quatschen wir immer über verschiedene Charts, wenn der Markt hier live was bringt, hier auf Minutenbasis. Das hier ist ein wunderbarer Eye-Catcher für die Short-Seite. Der sagt mir, suche Shorts. Also gar keine Diskussion, suche Shorts. Noch nicht reingehen, aber suche nach Shorts. Jetzt sehen wir aber, dass der Markt genauso steil hier im Minuten-Chart wieder nach oben kommt. Und damit ist das, was mir hier als Eye-Catcher aufgefallen ist, sofort wieder konterkariert, sofort wieder kaputt gemacht. Hätte er stattdessen hier in diese grüne Seite eine wackelige Aufwärtsbewegung gebracht, irgendwas Zögerliches, irgendetwas mit Päuschen-Modus sozusagen, dann hätte ich gesagt, ganz klar Short beim nächsten Zwischentief, um dann die Short-Richtung weiterzufahren. Jetzt hat er es wieder kaputt gemacht. Das heißt, die Bullen sind gerade eben wieder zurückgekommen. Da sieht man, wie klein und feinfühlig der Markt teilweise sein kann. Man muss es nicht auf Minute handeln. Man kann aber auch gerade auf diesen kleinen Zeitebenen eine Menge rauslesen. Jetzt umgekehrt haben wir wieder den Modus Steilheit nach oben. Wenn der Markt jetzt wackelig nach unten käme, dann wäre es für mich wieder die Long-Seite. Also man sieht es, die scharfen Bewegungen, das sind die Eye-Catcher. Diese Gegenbewegung, entweder wackelig oder scharf, das sind die Bestätigungen oder eben, Vorsicht, da ist das Eye noch nicht gelegt, man weiß noch nicht genau, in welche Richtung das geht. Also da aufpassen. Zwei scharfe Bewegungen, so wie hier, scharf runter, scharf hoch, beispielsweise ist noch keine Aussagekraft, sondern erst wenn eine Seite sich schwach zeigt. Gucken wir mal kurz auf den DAX. Das ist jetzt der DAX Future mal auf 5-Minuten-Basis. Auch hier sehen wir den Spike zur Eröffnung der Daten. Also hier sehr deutlich zu erkennen, hier die Bewegung. Aktuell allerdings eher noch lustlos, also der Markt wieder zurückgekommen. Die richtige Überzeugung ist da noch nicht zu sehen, dass das sich weiter fortsetzt. Wir können noch mal gucken, was beim Euro war. Da haben wir hier auf 15-Minuten-Basis ebenfalls zu diesem Ereignis eine relativ lange Kerze. Der Markt da eher danach nach oben tendiert. Wir sehen das hier, zack, da nach oben. Das ist Minute, also sehr, sehr klein. Auf jeden Fall deutet sich an, dass das Ereignis gegebenenfalls eine Wende im Chart erstmal darstellt. Und wie ich es eben beim Dauschen gesagt habe, mal drauf gucken, ob man da entsprechend so einen Wechsel sehen kann. Wie kann sowas aussehen? Das beschreiben wir unter anderem heute im Trade des Tages. Ich zeige es aber trotzdem mal hier für die, die noch nicht angemeldet sind und sagen, lohnt sich das wirklich? Naja, ich denke schon. Denn wir haben eine scharfe Abwärtsbewegung. Das, was wir hier sehen, ist eine wackelige Bewegung hier nach oben. Und das ist genau das, was ich eben angesprochen hatte. Hätte der Dow das jetzt gebracht, hätte ich sogar auf Minutenebene, also ganz kurzfristig, einen Trade gehabt. Das geht natürlich auch auf anderen Zeitebenen. Das sehen wir immer wieder, ganz egal, auf welchen Ebenen man unterwegs ist. Ich mache hier mal ein Alternativbeispiel. Das ist jetzt hier im 4-Stunden-Chart. Scharfe Bewegung, Wackelige, scharfe Bewegung, Wackelige. Also wir sehen, dieses Spiel kann der Markt immer wieder. Ihre Hausaufgabe ist es jetzt, das heute Nachmittag bei den Indizes selber rauszusuchen. Wenn Sie bei Crude Oil noch eine Idee suchen, dann lesen Sie sich den Trade des Tages. Dort geben wir unsere ganz konkreten Ein- und Ausstiegsmarken. Wo stoppen wir, wie und so weiter. Das ist im Trade des Tages da zu lesen. Gucken Sie es sich einfach an. Ansonsten genießen Sie den Markt und holen Sie sich noch ein bisschen was raus. Ihnen einen wunderschönen Trading-Tag und ein erholsames Wochenende. Nächste Woche sehen wir uns wieder.